hallo meine freunde hier ist wieder euer aniel fan ihr habt gewollt ihr willkommen ein alpha pack opening erst mal sehen wir freunde 49 haben wir jetzt machen wir packs erhalten 180 wir haben 195 wir wollen sie haben freunde mit ansehen freischalten bestätigen und freunde 99 alpha packs bringen uns paar black ice hoffen zumindest mal freunde deswegen auf geht's 99 alpha packs up 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 gates und wir fangen an mit ja wir fangen direkt an leider kein black ice ich hätte sofort gefeiert freunde universal digital ok kann man nehmen muss man nicht ich habe alles gefeiert aber was soll's und wir mal weiter mit weiß ok wer zu schon gewesen wenn es weiter gegangen wäre ja ok wenn wir nichts haben freunde universal ich habe mittlerweile fast überall schöne tarnungen für muss nicht sein also es geht sehr sehr gut los ok zeitliches chaos ja kann man nehmen wenn man nichts anders hat ich habe elites kinder für mal schauen vielleicht freunde ich habe aus irgendwie ist jetzt schön leger aus aber freunde muss das nicht alles haben und mein herz komm freunde 4 packs zwei lila ein gelb ein weiß ok 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 keine weiteren fragen und ja und ja und duplikat 6000 winons jetzt haben wir schon wieder 1 anschauen freunde gefällt mir aber ja warum kriegt man direkt doppelte freunde und und nein hier scheiß aber einer auf große haufen und die das design der waffe ja also ja aber wenn ich da noch nichts drauf habe freunde würde ich sagen ja drehe ich mal richtig blöde waffe danke also diese ebenen verziehungen wo stand sie denn ja freunde passt gefällt mir gekauft selten ok es konnte nicht so weiter gehen freunde wenn es weiter gegangen wäre und ein helm ja ok muss nicht sein und wie ihr seht habe ich von damals noch die pinken uniform von ihm ja sprechen wir nicht drüber äh weiß der stach war schön und jetzt wird's ja ok wintermond naja muss nicht sein black ice black ice nein natürlich nicht duplikat ja fick mich doch also egal Ja, nee, ist klar. 54, leichte Infanterie. Wenn ich nichts habe, verstecke ich das Spielzeug nicht so häufig, aber die ist zwar legendär, aber die ist auch irgendwie, ich weiß nicht, Freunde. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber mal schauen, wenn ich keine Tarnung habe, ja, Freunde, ist sie gekauft, ansonsten Mottenkiste. Okay, nur selten. Egal. Okay. Das spiele ich ab und zu mal. Ich weiß nicht, was ich da mal unten drauf habe. Ansonsten würde ich sagen, ist nur selten die Tarnung, aber irgendwie hat die was, meine Meinung nach, dieses schwarz-sürkise Muster. Ja, mal schauen, Freunde. Komm, lass es bitte, Freunde. Drück mir die Daumen. Black Ice sein. Schon wieder nicht. Aber ehrlich gesagt, die sieht auch irgendwie geil aus in Leder und Gold. Natürlich ist das Problem, wenn du so goldene, auffällige Farben hast, Freunde. Hä, fällt es häufiger auf als dunkle Sachen. Und weiß, warum weiß. Okay, Skullo in Grün. Vor allem Grün im Haus. Nee, nicht sehr gut zum Tarnen. Oh, schon wieder weiß. Jetzt geht es aber los, Freunde. Ja, okay. Was soll man dazu sagen? Kind hat die Waffe in den Farbjob geschnissen. Ende. Oh, komm, bitte. Einen Black Ice. Ja, und ja. Setz dir eine schöne Uniform vor. Ich meine, ich habe gut. Wenn ich noch nichts anderes bei mir habe, vielleicht, aber nee. Und weiß. Fui, der Eifel. Ey, schon vier oder fünf Lila, der gab Freunde und... Okay. Keine weiteren Fragen. Machen wir schon weiter, von der hat keiner gesehen. Weiß. Okay. Wie war es eben nochmal mit dem Kind und dem Farbtopf? Nein. Nein und nein. Nein. Wie da weiß. Ey. Ey. Ja, okay. Talisman. Ja, wisst meine Meinung zu Talismanen. Man muss nicht sein. Texas. Okay, sind schießwürdig. Komm jetzt. Komm jetzt. Tu mir den Gefallen. Tu mir den Gefallen und sei... Black Ice. Ja. Nein. Und auf Wiedersehen. Das ist eher so wie ein, äh... Ja, ich spring nicht jetzt um. Hehehehe. Und? Nochmal? Freunde. Schon wieder Lila. Jetzt lasst das aber bitte Black Ice sein, als Belohnung bei so vielen Lilenen. Kochloma. Kochloma. Ja. Nee. Auf Wiedersehen. Das ist eh die Pumpegun. Pumpegun mag ich eh nicht, Freunde. Nee. Komm jetzt, Freunde. K. K im Apo. Äh, im Popo, würde ich eher sagen. Wobei, die ist nicht ganz so schlimm. Dieses Rote mit dem Goldenen da unten. Ja. Ich weiß gar nicht. Die Beine spiele ich nicht so häufig. Ich weiß, wie viel Waffe ich ausgerüstet habe. Aber Sonnen? Ja. Besser als nichts, Freunde. Aber. Noch immer kein Black Ice. Wie viel Pech kann man haben? Und Weiß. Ja. Und. Ja. Nein. Auf Wiedersehen. Selten. Für die Waffe haben wir eben schon mal ein paar Kindertarnungen gehabt. Und jetzt haben wir, ja. Fünf, fünf. Nee. Äh. Die Tür dare ich einfach mal sagen. Puff. Und weg mit dir. Und. Selten. Äh, lalala. Und türmeis. Ja. Einfach nur eine normale Uniform. Nein, brauchen wir nicht, ich habe Elite von Momentan Und wie der weiß Ja, äh Wie das nochmal mit dem Kind und dem Farbtopf Nein Wir haben hier Der Anfang war so schön und dann jetzt Okay Das ist Sehr, sehr seltsam Mein Mella, wer sie kennt, Freunde Hat sich ein Cupcake gemacht von einem Einhorn Pups, ja Und wie der weiß Dreifach Helix, ja moin Nee, auf Wiedersehen Selten Ob wir was Gutes kriegen, Freunde, bitte was Gutes Naja Nee Warte, hab ich mal Puls drauf, muss ich mal gucken Und wieder selten Äh, äh, go, wat Gorotzki Die ist Gorotzki, aber nicht Gorotzki Einfach wieder selten Ja Uniform, okay Die ist nicht so schlecht Aber wie ihr seht, ich spiele ich momentan mit der Roboter-Tarnung, Freunde, also Nee Bitte jetzt mal was Schönes Und Weiß Ja Ja Also Ich weiß ja nicht, was die Von Ubisoft haben, aber Warum so Nein Nein und nein Lass es einmal Glück haben, bitte Bitte Aris wird kotzen, weil, Freunde, sie ist für Amaru und Aris spielt Amaru Aber mir gefällt, weil ich manchmal, äh, AIQ spiele, dann, ja, ich würde mal sagen Gefällt dem Papa Nehmen wir Zwar nur, äh, schwarzes Eis, äh, kein Beer, ja Und wie ihr weiß Schöne Grinchen raus an meinen zornigen Tiger Hauch des Tigers Ja Und Auf Wiedersehen Komm jetzt Einmal Was Geiles Ich weiß nicht, was ich davon halte, unsere Freunde Eppich, ja, ähm Bevor man nichts hat, Freunde Was haben wir denn da? Black Eyes Leider für eine Pumpgun, Freunde Aber die zweite in der Runde Ja Wie gesagt, Pumpguns bin ich nicht so erfreund von Aber zwei ist besser als keins Also nehmen wir sie an und Ciao, ciao Schau Wieder Und Ja Zwei Black Eyes in Folge, Freunde Ja Moin Vor allem bei den Spielschäufe habe ich die Pistole dabei, die Klappenspielschäufe gefused. Also für drei der Operatoren habe ich die als Waffe, gefällt mir, ist gekauft, auf Wiedersehen. Okay, ein bisschen weiß noch hinterher. B-positiv hier. Ich bin A-B-negativ, danke, passt zu mir nicht. Naja, schon wieder weiß. Bei weiß kann man schon durch. Erstes ist ein Duplikat, zweitens ist immer noch extrem hässlich. Selten, okay. Okay, das sieht aus, ja, für die Roboter, so eine Laserkanone oder sowas. Sieht auf jeden Fall sehr fett aus. Haka für die Zeit, nöchstspiel für's, nee, die sind auch, nee, brauchen wir nicht, Freunde. Bitte irgendwas Geiles? Weiß, warum weiß? Wintermond, ja, moin. Also, wir sind Verteidiger. Wir sind immer im Haus. Weiß ist sehr unauffällig im Haus, Freunde. Und noch weiß hinterher, als Strafe. Aber in jemals zu der anderen Tarnung für die beiden, hat die irgendwie etwas von, aber ich habe wahrscheinlich eine bessere Tarnung dafür, aber irgendwie hat die was. Aber ich weiß nicht was, aber, naja. Und schon wieder weiß. Jetzt geht aber los hier. Ja, okay. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Und Meguma Gain. Für Mosse, den spiel ich häufiger mal. Ich weiß nicht, ob ich die Waffe spiele, muss ich mal gucken. Sie sieht irgendwie sehr fett aus, die Tarnung, aber, oh, ja. Aber wenn ich nichts anderes habe, würde ich sagen, nehmen wir uns diese Tarnung, Freunde. Ja, kann man nehmen. Besser als Taliswande immer noch. Ja, und weiß. Warum weiß? Nein, hat keiner gesehen. Auf Wiedersehen. Aber kann ich immer Glück haben. Chimera. Okay. Egal. Nee. Hm, selten. Kommen wir, gucken wir uns selten ist, Freunde. Okay, wie gesagt, für die Waffe habe ich in der Black Ice, soweit ich mich erinnere. Deswegen, schön. Träumf-Giränschrank. Ende. Weiß. Nee. Er sieht zwar böse Ausversteigerung, Freunde. Elite, also egal. Ja, gefällt mir und. Ich wünsche anmerkend, Freunde. Wir haben das eben schon mal bekommen als Subjekt. Wir kriegen zweimal bei 99 Effekt das gleiche, epische, äh, legendäre, Entschuldigung, legendär. Wollen die mich aufs Korn nehmen? Also, das, jetzt fühl ich mich verarscht, Freunde. Und jetzt kriege ich noch weiß hinterher. Also, jetzt fühl ich mich ja recht verarscht. Okay. Hat irgendjemand sehr leicht begleitet umrum. Ja. Ich weiß vielleicht, wie die meine momentan aussieht, Freunde. Deswegen, kann man nehmen, wenn man nichts hat. Ansonsten. Oh. Black Ice, komm bitte doch mal Black Ice. Gib mir Black Ice. Gib mir Black Ice. Drittwürdig Eis. Geil. Okay, für Doc und Rook, Freunde. Die P90. Ja, kann man nehmen. Gefällt mir. Gekauft. Black Ice ist immer schön. Macht viel neidig. Deswegen, gekauft. Selten. Okay, nehmen wir auch nochmal. Ja, okay. Wieder Pump Gun. Erst hab ich ja für schwarzes Eis. Aber sonst, irgendwie, dieses blau-schwarze. Ist zwar verschlungen, aber hat irgendwie was. Aber, wie gesagt, Black Ice. Pump Gun. Egal. Pump Gun mag ich eh nicht. Naja, weiß. Warum weiß. Okay. Hat keiner gesehen. Weg damit. Tschüss. Okay. Noch was Seltenes. Okay. Nein. Brauchen wir nicht. Noch was Seltenes. Okay. Ja, so macht ein Opening Spaß, Freunde. So macht ein Opening Spaß. Und wir kriegen... Das ist legendär. Also, Freunde, da hätte ich auf das Legendäre, ehrlich gesagt, verzichtet. Oder findet ihr, dass das hier legendär ist? Nee. Nee und nee. Ich weiß. A-Positiv. Ich sag dir, ich spiele immer nur A-B-Negativ. Deswegen machen wir die nächste auf. Und die nächste sagt uns... Ah, schon wieder weiß. Und Weignose. Ja, okay. Das sind natürlich als die alten der Seasons, wo ich noch nicht gespielt habe. Deswegen kriege ich in einer neue Sachen. Und... Ah, schon wieder weiß. Universal Tarnung. Also, auf der Waffe sieht die irgendwie noch geil aus, die Tarnung. Aber sonst... Habe ich schon viele geile andere Tarnung für, Freunde. Brauchen wir nicht. Ja, wieder weiß. Warum weiß? Wieder weit Neues. Ey, der Helm sieht irgendwie irgendwie geil auf die Rüstung aus. Ja. Aber mit der Rüstung und dem Helm gefällt es mir irgendwie. Aber... Schau mal. Er ist schon wieder weiß. Und... Nein. Und... Nein. Ja. Ja. I. Nein. 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 Sie hat sowas. Aber ich habe mich ja eh über Black Ice gefreut, Freunde. Ich bin eh kein Freund von den Sekundärwaffen. Aber bevor ich keine Tarnung drauf habe, machen wir wieder die Tarnung drauf. Und? Weiß. Warum immer weiß? Dahlia. Sie hat zwar irgendwas, aber wie gesagt, ich habe Black Ice dafür. Aber sonst... Das Dunkelblaue mit den... ...Kupferfarbenen und Silberfarbenen... ...wird gehen. Aber wie gesagt, Black Ice geht über alles. Apropos Black Ice. Ich fühle mich schon vom Spiel verarscht, Freunde. Ich weiß nicht, dass wie viele epische Packs das war, Freunde. Und nur drei Black Ice. Aber sonst... Ja, okay. Hätte ich nicht Elite... ...nicht die Tumor oder so in anderen, Freunde. Hätte ich vielleicht drüber nachgedacht. Irgendwie sieht das sexy aus, aber sonst... Ne. Und wieder weiß. Und wieder so eine Tarnung, die... Äh, ja. Da fragt man sich, was haben sich die Programmierer beigedacht? Mal wieder weiß. Jetzt, Freunde, fühle ich mich verarscht. Haben wir nicht gerade vorher Molokai für Sledge und Satcher bekommen? Ich weiß nicht genauer von mir sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das war. Ich fühle mich von Ubisoft gerade dezent verarscht. AB positive. Wir kommen da noch näher, Freunde. Wenn jetzt AB negativ wäre, dann würde es mir gefallen. Oh, oh, komm, Black Ice. Gib mir doch ein Black Ice. Das ist ja so geil. Zwar kein Black Ice, aber da ich auch königlich bin, Freunde, passt der Name zu mir. Auch wenn es natürlich sehr, ja, eher für einen Waffenschrank wäre als sonst was anderes, diese Tarnung, Freunde. Aber auch viele Operatoren ist die P9 dafür zur Verfügung. Und noch was Seltenes hinterher. Ja, ja, und nein. Nein. Nein, schon wieder. Komm, jetzt, Freunde, Black Ice. Ey, Junge, er will die... Ich will da, spür mich verarschen. Vor allem dann, ja, nee, weg damit. Und Krieer als Strafrecken weiß hinterher. Äh, nein. Ja, k... Oh, der hat nun ein kleines Problem mit seiner Back, Freunde. Da hat jemand ein bisschen Schlitzen gespielt. Nee, nee, nee. Ja, schon wieder was Weißes. Okay, ja. Nee, nee. Und war was Weißes hinterher. Und Duplikat. Also deswegen, äh, wäre eh hässig, Freunde, wie die Nacht. Und noch was Weißes hinterher. Erstens, jetzt ist die Schüsse einher. Und zweitens, warum mache ich mir eine, äh... Flaschenöffner dran. Nein. Und seltenes... Schon wieder ein Talisman. Faktum non verba. Faktum non verba. Kein... Fakten, keine... Keine Ahnung. Müsst Du, meine letzte, Freunde, vielleicht mach ich's unter, schreib's runter. Ansonsten, egal. Den Anhänger, deswegen, wir brauchen den nicht. Auf Wiedersehen. Okay, ein Mewchibi. Ja, Chibis. Naja. Nee. Wie viele hat Schüsse einher? Schüsse einher sind so... Ah, hier hat's strafft Weiß. Also Pilz und Sporen. Das sind, glaube ich, solche kunterbunden Erfahnungen. Die sind... Nee. Obwohl, wie jetzt haben wir normales Eis, Freunde. Hatten wir nicht viel IQ immer auf der anderen Waffe, äh, Black Ice? Also, egal. Komm, komm. Dein braves Spiel. Geht dein braves Spiel. What? Kokeshi will... Ja. Nur, als ich gesagt habe, ich mag keine Details, man kriege ich jetzt Zahlen. Das war nur ohne Ende. Ja, echt, wie gesagt, Elite-Scan. Nee. Oh, oh, oh. Komm, nur ein einziges Black Ice. Und nein, wir kriegen die Sahara-Kühnheit. Wow, wow, wow. Alles außer ein Talismann, Freunde. Alles außer ein Talismann. Wir wollen anmerken, für Blackbeard einen Arbeiter-Hemm. Ja, nee, ist klar. Das kann nicht mehr schlimmer werden. Du siehst, du sagst, okay, doch noch. Momentan ist nie bei mir ein Roboter, aber... Später vielleicht mal zum Ändern. Aber selten ist hinterher. Jetzt hat er eine... Ja, wie soll man es so sagen? Ein Schachbrett, kleine Ahnung. Nee, auf Wiedersehen. Schau, Blacky. Komm, jetzt. Spiel. Ubisoft, wenn du einmal was Gutes tun willst, dann jetzt. Ich möchte anfangen, Freunde. Ich glaube, mit dem Ding haben wir angefangen. Als wir das erste Lied einbekommen haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Also, Ubisoft, ich danke euch für so viele Duplikate. Ich habe fast noch nichts gehabt, Freunde. Ich habe jetzt nur einmal ein Alphabet-Opening gemacht. Ansonsten, ja. Und hier haben wir drei Duplikate rein. Bug, Sieg, okay. Ich habe bis jetzt ein einziges Mal gespielt. Sonst noch nicht. So, und... Weiß, weiß, weiß. Warum weiß? Null negativ. Ich glaube, ich habe alle Blutgruppen gelesen. Nur nicht meine Blutgruppe. Warum kriege ich nicht meine Blutgruppe? Komm, jetzt. Gib mir Karma. Nein, natürlich nicht. Halt mir nicht da hier eben schon. Fähre für eine andere Waffe. Okay. Ne, ne. Egal. Und schon wieder weiß hinterher. Ja, okay. Skywain. Die Skywain sind auch so seltsame Sachen, Freunde. Komm, jetzt. Komm, jetzt. Komm, jetzt. Wieder weiß. Ah, negativ. Ich habe echt bald alle Blutgruppen durch. Nächstes öffnen. Komm, jetzt. Komm, jetzt. Ja, schon wieder weiß. Das ist mein viertes Duplikat bei 99, Freunde. Und ich hatte vorher, wie gesagt, nur einmal so ein, ich glaube, 70 Alpha-Packs geöffnet. Will Ubisoft mich verarschen? Ich glaube, Ubisoft will mich echt verarschen, Freunde. Okay. Ja, und ja. Vielleicht wird Tashanka mit der nächsten Season geil, wenn man mit ihm rumlaufen kann. Dann bin ich mal gespannt drauf. Ansonsten wird der Lord eh zu wenig gespielt. Okay. Wieder eine Kindertanung, Freunde. Nein und nein. Als Schraftflüge noch was weiß der. Und jetzt haben wir nochmal ein Cupcake. Mella, warum hast du viel Cupcakes hier reingebracht? Und wieder weiß. Aber wie lange das nicht die neuen Schinzi kommt, Freunde? Äh, ja, nee. Und schluss. Vigil, nein. Grau. Glatz. Abgelite. Elite, sie kriegt egal aus der türkische Bürger. So, also Ende. Uh, was Seltenes, Freunde. Liberté. Also man kann sagen, wenn ich nicht die Black Ice vertrete, hätte ich ja gesagt... Ne, habe ich die Black Ice, hab ich ja... Wollte ich gar nicht auf die ihre Farbe. Vielleicht wenn ich nichts anderes habe, Freunde, mache ich das ansonsten. Ne. Und noch was Weißes hinterher. Wie gesagt, Glatz, schön, tötet der Bürger, sieht viel geiler aus. Noch seltenes Detail. Wie gesagt, eben haben wir Black Ice dafür gezogen. Also, sonst wäre sie interessant geworden, auch wenn die ein bisschen versaut ist an der Stelle, Freunde. Er hat versaut gesagt, ja. Oh, das war schon. Ja, Freunde, ich würde mal sagen... Was ist das, drei oder vier Black Ice? Ich meine drei. Okay, aber vieles... Lila, ein paar gelbe. Ich würde mal sagen, das war ein interessantes Alpha-Pack-Opening. Ich hoffe, ihr habt mir alle die Daumen gedrückt. Wenn ja, hoffe ich, das hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen nur einen schönen Abend und sage bis zum nächsten Mal. Euer Anime-Fan. Ciao, ciao. 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 . Vielen Dank.